WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR 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 steig aus und schieb jetzt spinnst du wirklich oder steig aus und schieb ja das fängt ja gut an wenn er klug scheiß immer alles besser wissen das schieb ja dann gibst du hast du totten na dann auf eine gute zusammenarbeit wo ist er denn so kommst du mal leider nicht ins auto nimmst du ein taxi ja er hat den schnitzler getroffen den schnitzler den politiker nun na den dichter natürlich den politiker wen sonst trottel was bedeutet das für uns und das bedeutet dass der schnitzler nicht mit offenen karten spielt ein ex-schwager auch nicht du der plan ist deppensicher wir kaufen doch unsere strohleute das agrarland und dann verpachten wir es an die bauern von denen wir es gekauft haben denn dann machen wir ein angebot dass sie nicht ablehnen können da oben hat die keine kohle und das ist legal ich habe immer gedacht normal stäbliche dürfen kein agrarland kaufen wenn sie seinem landwirt verpachten eben schon ist das geil lasst uns die sache abblasen was ja nein ich habe drei grundstücke gekauft ich habe geld investiert ja ich auch nur weil dieser arsch jetzt mist gebaut hat lass ich nicht das geschäft des jahrhunderts platzen du sagst ihm dass er raus ist aus der geschicht hat sich nur reingedrängt hat nichts dazu beigetragen du bist wirklich ein besonderer trottel schorsch du hast nichts kapiert aber nichts seiner wieder bertram der ist unersetzlich da braucht ein kleines problem daher kommen mit irgendeinem wepten grünpolitiker oder was weiß ich wer diese scheiß autobahn verhindern will weil der irgendwo bedrohte ameisen leben oder so sag mal weißt du was mit deinen augen machen lassen mit den schlupfen dann das war so ein süßem dackelblick gehabt das war medizinisch notwendige lidstrafung wird dir auch nichts schaden findest du ja was kostet sowas heutzutage mit 2000 bist du bei ehrlich ja das geht ja und da mit den hand kannst du auch noch was machen was spielst du entschuldigt die verspätung aber ich habe nur die sekretärin schnachseln müssen welche du geheiratet da soll ich nachfolgerin was machst du denn da bist du verrückt muss zugeben gewalt hat manchmal was befreiendes du weißt was vergisst das mit den haaren ja du musst dir wieder die nasen richten komm jetzt bitte über das geschäft reden wie geht es weiter geht es überhaupt weiter ja ich habe nachgedacht ich finde wir sollten ihm noch eine chance geben findest du ja und woher der plötzliche sinneswandel wolltest du nicht dass er ausstellt ich sag doch ich hab nachgedacht könnt ihr bitte mit mir persönlich reden ich bin auch da wie machen wir weiter also die ersten grundstücke haben wir jetzt müssen wir uns beeilen bevor die sache in den ministerrat geht ich glaube nächste woche noch der anderen bauernschädel ab und ihr kümmern sich um strohleute für eure verträge was ist mit dir ich bin wegen dem ganzen ärger mit der polizei noch durchgekommen der bauer wartet auf seinen vertrag gibt es was gibt es mir ich mache das ich mache das schon ich will nicht dass du in mein büro kommst herrgott beruhig dich wird gut sein du meine geheime quelle hat mir gerade verraten dass das autobahnprojekt noch heute in den ministerrat wandert ja scheiße so schnell du hast gesagt frühestens in einem halben jahr naja sie uns halt vor der wahl noch durchbringen was bedeutet das für uns ein drittel von dem was wir brauchen haben wir schon das ist nicht schlecht aber da ist noch mehr drin das heißt die zeit drängt wenn wir also die bauernschädel nicht zu überzeugen wollen dann heißt das wir müssen den köder etwas schmackhafter machen du brauchst mehr geld bist du jetzt von selbst draufgekommen nein ich habe einen berater im ohr du trottl das projekt ist ein ministerrat das muss jetzt noch durch ein zwei instanzen aber eigentlich als erstes müssen sie erst einmal die umweltverträglichkeitsprüfung schaffen oder sag mal kannst du bitte aufpassen der ist frisch poliert der macht er nicht ins hemd ist doch nur ein auto nur ein auto entschuldige allein was die motorhaube kostet davon kann eine familie in der dritten welt ein paar jahre lang gut essen und er bist du stolz drauf nein aber warum musst du das auf meiner motorhaube machen naja ich habe ja keine jeder bitte nimm doch seine bist du deppert kann ja von maserati ein keber besser aber von porsche schon sicher ist so ein weit inwerfer wie na und dann ist seiner nur ein fiat maserati gehört nämlich zu fiat recht jetzt ja eh das war auch peinlich oder hey wisst ihr was dann ist meiner eigentlich ein mercedes so neue verträge kleinig unterschreiben lassen bitte die zeit drängt was mit der karo geredet ja natürlich aber nur um sie zu beruhigen ihre mutter bleibt draußen ist das klar das macht nur unnötig wirbel gibt es ein problem nein ja auf einmal steht der volltrottel auf der türmatte von meiner schwiegermutter die karo hat natürlich sofort gecheckt dass da was rennt ich habe mich zwar elegant rausgeredet aber die bittet natürlich was die ist nämlich nicht blöd wir sind einfach zu spät geboren und wir schätzen das gute alte patriarch hat viel zu wenig war nicht alles schlecht damals hast du schon bei hitler bedankt für die autobahn für die 16,8 kilometer mehr habt ihr nämlich damals bei uns nicht zustande gebracht ja keine ahnung warum direkt immer noch ein paar höhen machen deswegen sag einmal bist du deppert ma tschuldige jetzt habe ich gedacht das ist ein misskübel da stehen zwei typen mit einem sack vor deiner tür und du glaubst das ist ein irrtum wahrscheinlich hat es ihr zwei ich wünschte ich wäre es gewesen so schluss jetzt entschuldigung wobei eigentlich verdienst es ich bin jedenfalls draußen die ganze sache ist mir zu heißen das glaube ich aber nicht dazu sitzen wir schon viel zu lange in einem boot und wer jetzt aussteigt der muss wirklich verdammt gut stimmen können der schluchte gern bald zu du bist so ein durch und durch korruptes arschloch ja verrückte richtige ja und wer das korrupte arschloch überhaupt er ist an bord geholt weil er glaubt dass seine schwarze ein vollidiot ist du bist ein arschloch ok ok genug gescherzt wenn dieser bedauerliche vorfall hier irgendetwas mit unserer sache zu tun hat dann sollten wir uns erst auf überlegen wie wir damit umgehen ich habe nämlich keine lust mich hier dazu zu legen aus vielen gründen nicht ich auch nicht also eine idee wer dahinter stecken könnte man weiß nie vielleicht was wirklich eine private geschichte deine frau maria ich glaube dem kein wort ich auch nicht wir haben ein ganz anderes problem was denn das gutachten für die nordautobahn ist leider negativ ausgefallen ich hab's gegen die behörde lehnt die bau klar und deutlich ab aber wer weiß denn das bitte ich bin lobbyist und deutscher ich weiß alles ich hab's gewusst ich hab's gewusst ich hab gesagt lassen wir die sache ab aber nein ihr müsst das ist ja nur noch eine frage der zeit bis 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 die jubiläge du meinst da hat jemand auf uns abgesehen wer sollte das sein ja keine ahnung du vielleicht was natürlich schwachsinn nein nein ja ja wer hat gesagt er kümmert sich um den jahren hofrad ins b du warst es moment moment ihr glaubt wirklich ich habe josef umgebracht ja vielleicht nicht du selber aber vielleicht irgendein unterwändler der die noch einen gefallen schuldig ist pass mal auf dass du nicht der nächste bist hör auf damit wieso du machst doch immer so ich bin nur beisst okay das ist schlimm genug aber ich bin kein mörder so aussetzt irgendjemand hat ihn umgebracht ja und das hat etwas mit diesem gutachten zu tun ja das ist gut achten hat etwas mit uns zu tun und das ist nicht gut das ist nicht gut nicht gut ich weiß ja der idiot selber so wie er sich ins hemd schreist welch idiot du idiot du idiot das nimmst du zurück aber sofort die mörder nämlich zurück aber den idiot nicht jetzt was lasten du eigentlich so vielleicht war es ja du hast ihn doch zum schluss gesehen lebend dann hat er dir erzählt dass du das autobahnprojekt stanzen kannst und dann hast du ihn bist du deppert der josef hat doch überhaupt nicht gewusst dass ich da drin steckt wo drin steckst im arsch vom minister ein mäuschen vielleicht dahinter gekommen dass du ihn verarscht was für ein mäuschen bist du deswegen wieder zurück nach hause zu mutti was für ein mäuschen das glaubst du schon woher unser süßer schoss die die insider information näher hat hat nein schossi tun und 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 der du bist du und der schnitzler auch woher schossi tun boah schossi ach schau wenn man vom teufel spricht ha ist gut Herr Minister na heute so volksnah unterwegs Was machst du hier? Du hast den Josef erschossen. Wo kann ich dich anzeigen? In Verleumdung. Ja, wenn es nicht wahr wäre. Hast du Beweise? Du weißt es. Meine Schatzi und ich, wir sind uns ganz sicher. Hast du einen neuen Freund? Ja, ich glaube, du kennst den sogar. Weißt du, im Gefängnis lernt man den interessantesten Menschen kennen. Stell dir vor, den hat jemand anonym angezeigt. Dabei ist er so ein aufrechter und ehrlicher Charakter. Mein Francesco. Pass mal auf, du widerliche Kretzen. Du hast mich benutzt. Du hast meine Unterlagen kopiert. Du bist der Abschaum, nicht ich. Na, Herr Minister. Nein, nein, nein. Doch nicht in aller Öffentlichkeit. Es macht keinen schlanken Fuß. Was willst du? Mein Glück finden. Und das liegt in der Wesen. Was heißt das? Na ja, jetzt wo die Maria so viel Land besitzt, wäre es doch schade, wenn es brach liegt, oder? Das Projekt ist gestorben. Ja, so wie der Josef. Hör zu, es gibt zwei unterschiedliche Gutachten. Eine Frage der Zeit, bis die Presse davon erfährt. Und dann ist dein Projekt tot. Tot, tot, tot. Dann kannst du das Feld räumen. Dann geht deine ganze Miese Linke nicht auf. Und das vergönne ich dir von ganzem Herzen. Du, ich bin vielleicht eine kleine Möse-Ratte. Aber du bist eine Hyäne, Joachim. Und wenn du nicht willst, dass das morgen die ganze Stadt weiß, dann wirfst du mir jetzt ein Stück Fleisch zu. Ein großes. Und schnell. Ja. Ja.